Das passt auch so, dass man keine Überbrüder pro... Wir sind hier für diese Aufgabe einfach nicht richtig ausgestattet. Wir sind hier für diese Aufgabe einfach nicht richtig aus... So. Jetzt muss ich's wo hinbringen? Da hoch. Bin ich gespannt, was hier los ist. Achso, Zielschiff. So. Fahrzeug fertiggestellt. Mein Fahrzeug ist mal wieder fertig. Dann nehmen wir das alles mit. Dann brauchen wir noch Holz. Machen wir 50 voll. Machen wir auch voll. Machen wir auch voll. So. Dann geht's ab zu dieser Insel, oder? Genau die war das mit dem Weizen. Dann machen wir das auch so weit fertig. Ja gut, die sind noch nicht ganz so zufrieden, wie sie sein könnten. Aber sie sind im grünen Bereich erfüllt und so. Also das würde ihnen reichen zum nächsten Aufstieg. Und fehlt dann nur noch die Mitbestimmung. So, haben wir jetzt irgendwo hier Überproduktion. Außer Molke. So, drei Stück haben wir schon. Hm, drei Stück reichen nicht. So. Ich wusste, dass es alternative Wege gibt. Dieser Ort ist das beste Beispiel dafür. Aber zur Not können wir es erstillen damit. So. Bauen wir hier mal wieder ein Kontor. Hm, hier ist auch ein bisschen dämlich. Gucken wir mal die Insel so im Übersicht. Ist alles irgendwo blöd. Ja, dann bauen wir es hier hin. Hilft ja nicht. Dann bauen wir hier gleich wieder uns weiter. In ein Gebiet, wo wir bauen können. So. Nicht, dass ich hier mir gleich alles zu pflanze am Anfang. Und dann mache ich hier... Zwei solche Dinge. Zwei solche Dinger hier. Dann brauche ich hier schon mal wieder Laufwege. Jetzt sind wir hier im großen Aufbau-Modus. Dann brauche ich... Hoppala. Äh... Obst. Obst. Registriere Energieknappheit. So, dann muss hier ein Offshore-Windrad her. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Strom. Und zack. Haben wir denn jetzt wieder mein... Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Die Autoself-Funktion ist schon nicht schlecht. Dann mache ich hier so. Dann brauche ich noch... So. Teig-Wahn. Kann ich denn die bauen? Muss an Fluss-Bauplatz errichtet werden. Ja, super. So. Dann bauen wir es hier hin. Dann bauen wir... Hier so einen Weg lang. So. Dann baue ich hier noch ein Kontor. Also wenn es wäre, ich noch mal so ein Ding machen kann. Und dann brauche ich... Brauche ich und brauche ich. Natürlich noch etwas. Und zwar... Das hier. Aber für das haben wir wieder zu wenig Glas. Aber dafür können wir hier schon produzieren. Zu 107%. 107. 107. 107. Den braucht Beile. Obwohl... Ewig Zeit haben wir auch nicht. Achso, wo ist mein Schiff? So. Wenn man es nicht selber macht. Ja, ja. Mecker nicht rum. Wo muss ich denn hin? Achso, muss jetzt hierher. Okay, ich bring's hier runter. Mir wohl erst. So. Und ich muss mir jetzt noch... Ein paar Gläser abholen. Ein paar Gläser. Und wie sieht's aus? Ja, sind schon bedient damit. Na, hör's ruckeln auf. So. Dann machen wir hier lieber nochmal... So ein Ding hier. Dann passt das mal. Würde ich jetzt behaupten. Oder ich muss vielleicht noch... Hm. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Was? Gefechtsfarnung? Wieso? Wo kommst denn du hier? Äh, das ist gar nicht... Fahrzeug meldet. Verringerte Geschwindigkeit. Ermittle Ursache. So, reduzierte... Scheiße. Egal. So, ich werd hier auf jeden Fall... Krass verfolgt. Ist ja auch wie immer toll. So, ist dann hier zumindest ein paar Türmchen. Nö. So, aber ich hab das Schiff schon mal gut abgehängt. So, dann fahren wir hier rüber. Konzentrier dich voll auf die Aufgabe. Dann wird das schon. So, dann sind wir eh bald durch. So. Hier wollte ich jetzt Glas mitnehmen. Glaub, ein bisschen was brauche ich noch. Glas. Ein Stück. So, ist jetzt Wurst. Das dürfte hoffentlich reichen. Äh. Ah, hier muss ich her. Hier muss ich hin. So, und wie sieht's hier mit der Produktion aus? Stagniert noch. Ah, die produzieren hier schon mal unter. Also, ich glaube... Nee, die kommen klar. So, ich könnte hier noch einen Weg... ...von hier rüber bauen. Dann wär die Versorgung besser. Und natürlich... ...könnte ich das hier schon bauen. Dann mach ich das mal so eben. So. Wo ist mein Schiff? Da hängt mir immer noch das Schiff an den Hacken. Feindliches Kriegsschiff. Aber von wem oder was, weiß ich auch nicht. Ist ja toll. Wird hier schon produziert? Ja. Es wird produziert. Hier wird er Funder produziert. Oder auch nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Weizenbetriebe. So, zwei... ...dürfen da reichen. Hoffe ich mal. Probieren wir's mal. Bei noch ein paar Wege. So. Und so. Werkzeuge sind ausgegangen. Ist ja geil. Naja. Hilft ja nicht. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Dafür hast du was gut bei mir. Ah, das hat zu der Mission dazugehört. Cool. Ist ja auch geil. So. Dann fahre ich nochmal schnell los. Hol ein paar Werkzeuge. Mit unserem kleinen Schifflein. Wie geht's denen? Ja. Sieht besser aus. Die beide laufen zu 100%. Das Obst ist weg. Molke wird aber trotzdem nicht weniger. So. Darf ich raten? Ja. Werkzeuge sind zu Ende. So. Können wir so ein? Nö, auch nicht. Muss ich bald eine große Runde fahren und ein paar Werkzeuge verteilen. So. Ah. Es funktioniert. Dann muss ich hier mal die Mitbestimmung hier reinpflanzen irgendwo. Muss ich mal gucken, ob es schon reicht. Ne. Sieht noch nicht so aus. Reißen wir die hier noch weg. So. Was fehlt uns noch? Natürlich das schöne Glas. Ich habe im Fernsehen einen Bericht über die Lebensbedingungen bei Global Trust gesehen. Der freienste Horror. Da sind wir zu 100% erfüllt. Wollte ich da noch was holen? Ja. Wollte ich. Und zwar Werkzeuge. Ein paar Werkzeuge können wir doch hier locker empfehlen. So. Dann fahren wir hier wieder hoch. Ach, Glas brauche ich. Glas brauche ich auch noch. Mit der Glasproduktion komme ich jetzt nicht unbedingt hinterher. Aber was soll's. Das kriege ich auch noch hin irgendwann mal. So. Dann muss ich mal kurz gucken. Wie sieht es hier überhaupt mit Kohle aus? Ist fallend. Dann hole ich dich mal wieder aus der Pause. Aus der Pause hole ich dich. So. Roheisen haben wir jetzt auch nicht auf Tasche. Aber die Pasta Gerichte werden mehr. Teigwaren laufen auch. Wie läufst du? Auch auf 100. Muss ich nur noch aufs Obst. Oh, haben wir auch genügend. Ja, gut. Dann mache ich noch eins so ein Dings her. Dann dürfte das reichen. So, dann mache ich Zack, zack. So. Dann mache ich eine neue Handelsroute auf. Neue Handelsroute. Von hier aufladen. Und zwar die Nummer 3. Unser Essen. Hummer. Ich will hier keinen Hummer. So. Nach da hier. Und die ausladen. Bitte. So. Danke. Schiff auswählen. Na, ich will meins. Na, kriege ich es jetzt? So, die hier. So. Dann dürfte das hinhauen. Jo, sind wir in der Aufladung. So, dann bringen wir für das erste schon mal sieben Teigwaren weg. Hoffentlich sind dann unsere Leute glücklich und zufrieden mit dem was zu haben. So. Mache ich die hier mal auf Pause, weil